1.9 können die Türen aufmachen, Alter, das ist natürlich interessant, das wäre natürlich geil. Äh, nein, das wäre es nicht. Obwohl, am meisten wäre es, die Türen nicht mehr kaputt, ne? Ey, da sitzen die Türen nicht mehr kaputt, ne? Ja, aber das Problem ist dann einfach, dass dann, dann hast du ja gar keine Ruhe mehr. Ja, dann baust du ja immer keine Türen mehr, sondern nur noch Pisten, du hast. Oder man könnte so Knöpfe drücken, ne? Ja, das wäre doch... Irgendwann lernen die Dinger dann auch noch Knöpfe drücken, genau. Irgendwann lernen die Flüge, oder? Du rennst und die kommen immer von dir... Ja, oder vielleicht machen die es nach Schwierigkeitsgrad. Das kann natürlich auch sein, das glaube ich mir auch eher. Ich glaube, bei Hardcross ist das bestimmt so, dass sie die Türen öffnen können, wenn die das sowieso schon nichts können. So, ähm... Jetzt schreiben Sie hier in den Chat, kannst du mal wie unge ein PC selber bauen? Äh, ich glaube nicht, oder? Ne. Hat doch mich doch so zu sagen. Ja, das ist ja Marke Eigenbau, wenn man es so will. Man nimmt die fertigen Komponenten und setzt sie ein. Aber das würde voraussetzen, dass ich eine Live-Kamera verwende. Ähm, nein. Kommt nicht in Frage, weil... Mein Privatleben werde ich nicht vor eine Kamera setzen. Also ich bin mit meinem Streamer immer noch nicht ganz zufrieden, ne? Also was was jetzt die Dings angeht, die KB-Anzeige. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei meinen Zuschauern jetzt flüssiger ist. Ob sie nicht schauen können, weil ich habe da jetzt einiges... Ich streame da in der KB-Anzeige von 300 noch was. Ich, äh... Ich streame in 720p. Ja, unten rechts ist eine KB-Anzeige bei dir bei OBS, Metos. Unten rechts bei OBS. Äh, unten rechts bei OBS. Was steht da? Da steht in Zahlen. Ja. Was steht bei dir? Äh, irgendwas mit, ähm... Über 40.000 da. Keine Ahnung warum. Ja, du streamst flüssig, Metos. Ich weiß auch, warum die Leute vielleicht nicht was sehen. Ähm, Twitch hat eigentlich gesagt... Weil ich habe ja... Ich habe ja... Ich habe ja... Twitch hat gesagt, du darfst nicht mehr als 3000 KB benutzen. Auf deren... Auf deren Seite. Also du musst bei den Einstellungen, bei Codierung mal auf 3000 stellen, die eine maximale Bitrate... Weil mehr darfst du eh nicht von Twitch aus, weil dann die meisten Zuschauer nicht zugucken können mit schlechterer... Internetleitung. Okay, Einstellungen... Äh... Kodierung. Ja, 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 ja. Da machen wir das mal. Was hast du bei Codierung denn bei der Bitrate stehen? Äh, ich hatte zuerst 8.000 stehen, dann habe ich runtergemacht auf 4000, jetzt meist auf 3000. Also mehr als 3000 solltest du von Twitch aus nicht haben, weil, wie gesagt, viele Leute, die hier ein schlechtes Internet haben, das dann einfach nicht mehr sehen können. Okay, ich habe es jetzt auf 3000 runtergestellt. Ja, genau. Und ich habe aus irgendeinem Grund, habe ich hier was umgewechselt, äh, hier, ähm, ich weiß nicht, warum sich das jetzt gewechselt hat. Ähm. Ja. Keine Ahnung. Das war noch von, ähm, letzten, ihr seid meine Freunde, bitte entschuldigt. Da kann ich jetzt gar nichts für. Das war ein paar Seen. Ja, warte mal, das ist kein Problem. Ja, das sind wahrscheinlich so die empfohlenen Einstellungen von Twitch, nehme ich mal an. Weil ich werde nach Männerbiki einmal dann kurz meinen Stream neu starten, wenn, wenn Meters dann auch weg ist. Und dann mache ich nämlich kurz einen Neustart, bis Community dann kommt. Ähm, einfach mal gucken, dass wir das Internet vielleicht doch noch ein bisschen besser bekommen. Ich weiß nicht, warum, ich habe heute den Router neu bekommen. Trotzdem, ich meine, es läuft wieder wenigstens, ich kann wieder streamen, aber trotzdem bin ich nicht zufrieden. Ich bin echt unzufrieden, trotzdem damit noch. Nö, jetzt häng ich jetzt fest. Einmal Knopf drücken, komm. Okay. Jawohl, ich darf auch mal Knopf drücken. Ja, ich habe auch Knopf gedrückt. Ja, dann hättest du mal nochmal gedrückt. So. Eigentlich darf ich als Dr. Flop gar nichts, ne? Also, ich darf das ja eigentlich nicht. Theoretisch nicht, nein. Danke, Flop. Also, um das mal aufzuklären, Dr. Flop ist, äh, reinweg ein Beobachter hier. Richtig. Und, ähm, stellt uns Aufgaben und sowas. Das war so klar. Aha. Also, es wird hier vieles gefragt, ne? Bauen wir mal eine Redstone-Maschine in einem Tüftel-Video, ey. Das hat er schon ganz oft gemacht, deswegen heißt es ja Tüftel-Video. Meins. Äh, Metos, hast du mal eine Pistenglastür gebaut? Wurde auch schon gefragt. Bitte was? Ob du eine Pistenglastür gebaut hast. Man, ich, ich habe hier ganz andere Sorgen. Gib mir das Redstone. Mann, Kalle! Alter, das geht's nicht. Das wirst du büßen. Das wirst du so büßen. Bis Redstone! Also in Redstone ist nichts geworfen, du bist ja böse. Äh, ja. Geht's schneller. Warte mal. Schneeheiler fragt, Metos, schafft der PC jetzt auch die Bier-Disco flüssig mit 60 FPS? Ja. Sicherlich. Habe ich getestet, funktioniert tatsächlich. Also ich war doch recht erstaunt. Kopf-Eintopf ist da. Hallo, Kopf-Eintopf. Ah, Kopf-Eintopf, der mir ja schon gefolgt ist auf Twitch. Nice. Jo. So, da, da, da. Ja, streamen leider nicht in Full-HD, wie ich es gern gemacht hätte, weil ja viele nicht diese schnelle Anbindung halt haben im Internet, ne? Ja, das ist immer doof. Die einen könntest flüssig gucken. Metos, bei Hitbox ist das halt anders. Bei Hitbox kannst du streamen, wie du willst. Die Leute sehen es immer gut. Ähm. Ja, aber das ist halt immer das Problem. Hitbox, du kennst nicht so viele und vor allen Dingen, Hitbox sind ja sowieso kleine Betrüger-Schweine und so, wie ich gehört habe. Aber die hatten ja schon mal eine Seite und die sind dann mit der ganzen Kohle abgehauen. Ach ja. Angeblich. Du, keine Ahnung. Falsches, Falsches irgendwie zu sagen. Äh, äh. Halt die Erde, brauche ich. Braurig. Habt ihr eingesammelt oder nicht? Habt ihr eingesammelt, geil. Wieso habe ich hier eine kaputte Spitzhacke in der Hand? Was ist das denn für ein Quatsch? So, und ich muss mal gerade ein bisschen entleeren. Dann entleer dich mal. Oh, ich vergesse noch Platz, ja. Ist klar. Halt den Sand, den brauche ich noch. So, das machen wir da rein, das können wir da rein tun, hier so. Äh, nein, die Erde brauche ich auch. Ey, ich verweise dieses Platzes. Das habe ich dir nur noch einmal hier. Was soll das? Ich darf auch mal Scheiße bauen. Sagen Sie mal. Raus der Boot jetzt hier. Wir dürfen hier nie wieder einkaufen. Ah, da ist noch ordentlich Platz, das ist gut. Da packen wir was rein. So. Gar nicht so viel getan. Ich habe ja nur mal den Knopf getrunken. Wann darf ich denn hier schon mal Geld verdienen? Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Tun wir erstmal da rein. Das tun wir da rein, das tun wir da rein, das. Da, 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 da. Ja, ist klar. So. Ja, da ist, das war ein Bug. Gut, okay, die können wir eigentlich auch dort reintun. Es gibt ab heute mit uns neuen Ernährungsplan. Morgens, Redstone, mittags, Rebita, abends, Redstone, Suppe. Du wirst gefragt, wie der Shader, den du benutzt, heißt. Äh, das ist der Seuss Shader 10.2. Kalle hatte mir mal den 10.1 empfohlen und, ja, den habe ich auch verwendet und später bin ich dann auf den 10.2 umgestiegen. Es kommt auch heute noch im Video-Server. Und ja, es leckt voll. Ich weiß, das Internet ist irgendwie, ich habe jetzt einen neuen Router, aber da ich ja gekündigt habe, so habe ich den Verdacht, dass das 1&1 jetzt sagt, Ja, machen wir mal, äh, scheiß mal hier, zack, 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 schön, wir machen mal, er soll jetzt mal richtig fühlen, weil er gekündigt hat, machen wir noch schlechter das Internet, was sowieso schon ist. So. Äh, ja, Kopfaltopf, du rufst meinen Namen da im Chat, was gibt's denn? Was kann ich für dich tun? Ja, das, das wirst du sicher gleich erfahren. Ja, das ist ja ein bisschen Verzögerung immer, also nicht wundern, wenn wir euch nicht gleich antworten können, weil wir, ähm, Oh, Alter, Panaman, Metos, Panaman schreibt, fragt mal Metos, was er von einem Super-Pisten halten würde, der 100 Blöcke auf einmal verschieben würde. Boah, geile Sache. Das leckt nichts, das ist bei der Internetverbindung. Also, bei euch geht das? Das wäre, das wäre mal richtig so cool. Ey, super, Leute, bei euch funktioniert's, das ist geil, also, nice. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob's bei meinen Zuschauern jetzt besser ist, schreibt das doch bitte mal rein, das würde mich interessieren, ob das jetzt besser funktioniert. Ah, hey, du hast jetzt die Unterwasserblöcke reingemacht? Ja, ja, genau, äh, hab ich golden drum gebeten. Abend, Tom, 1, 2, 3, danke für deinen Follower und willkommen bei den Menschlichen. Im, im, willkommen, im was? Willkommen bei den Menschlichen, weil, der Kader hat die einfach menschlich, mein YouTube-Slog. Und ich hab, ich wusste nicht, wie ich die, ich wusste nicht, wie ich die Community nennen sollte, hab ich meine Community gefragt, und sag ich, was fällt euch einer? Einer hat geschrieben, die Menschlichen. Und das hat aber, das fand ich aber so geil, weil es halt auch zu YouTube und so pass, weil ich sag, einfach menschlich. Und hab das einfach so geil gefunden und ich hab gesagt, okay, das machen wir. Ah, gut, und wenn ich jetzt nicht zu deiner Community gehöre, bin ich nicht menschlich. Nein, das ist so unmenschlich, meine Erde. Ah, ja, okay. Ja, Mann, Kalle, ich brauch da noch so einiges auch. Ich auch, ich auch. Ich brauch mehr als du. Kalle, Klaudi, aber die ganze Zeit schon die Erde weg, ne? Ja, ich merk das. Bisschen hab ich auch kassiert. Gut, gut, Kopf-Eintopf, super. Hört man nicht vorlesen, was er gerade geschrieben hat, ist uninteressant für dieses Livestream-Ding. Ha! Den Diab, ich kassiert. Ich hab eh 26 Dias, also, was willst du denn? Nein, 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 nein! Ja! Ja, schmeißt du es wieder runter, wetten? Ja, weil es ein Depp ist. Dafür muss ich mir auch noch eine Strafe einfallen lassen. Guck mal, hinter dir, Metos. Hinter dir liegt, Metos, hinter dir liegt Redstone. Hab's dir hingeworfen. Und da ist noch mehr Redstone zum Abbauen, hier, ganz schnell. Nein, so viel Redstone werf ich nicht weg. So einmal oder so ein Gag, das würdest du machen, ist in Ordnung, aber ich werf dich dauernd Redstone weg. Weil Redstone mag ich doch selber so richtig cool Sachen. Ich brauch mir Redstone selber viel, weil ich so eine automatische Farm machen will mit Wasser und so, wo dann Wasser läuft und so was. TamsLP fragt, wie lange dein Stream heute geht. Welchen, von Metos oder von mir? Von Metos, ich spreche für Metos. Achso. Ich kontrolliere den Chat von Metos, ja. Okay. So, okay, jetzt nochmal. Was war das jetzt? Wie lange dein Stream geht? Der fragt, wie lange dein Stream heute geht. Ja, muss ich gucken, wenn nichts dazwischen kommt. Würde ich sagen, so bis um 8. Also nur eine Stunde. Ich mache auf jeden Fall danach weiter. Ich werde heute, wenn sogar alles gut läuft, vielleicht so bis 23 Uhr oder 0 Uhr machen. Ich habe, äh, weiß ich nicht. Ich mache mal ein bisschen Werbung für die Leute, wenn du aufpasst, kannst du ja zu mir kommen und gucken. Ich mache danach mal ein bisschen nichts sauber. Bei mir wird das gerade kopisch angezeigt. Ihr Eigenwerbung, Kalle, ne? Eigenwerbung. 25 Minuten geht das, du informiertest dann also noch. Also eine Stunde ungefähr, okay. Das ist nichts Brauchbares. 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 Das ist nichts Brauchbares, dass du voll gemein bist. Ich bin gemein? Ja, bist du. In den Redstone oder was? Ja, genau. Ich habe irgendwie was aufgesammelt und habe aber nichts von. Das ist ein Wolle, wie es denn bist du. Shut up the bass. Du, 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 du. Kalle möchte ja mal ersetzen, hier. Ne, ich habe die Musik einfach richtig geil. Böse jetzt die ganze Zeit in deinem Lifstream nur fahren, nicht das? Äh, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich den Lifstream mache. Das ist vorne. Ich finde, dass du das mit in den Aufnahmen nicht machen musst, weil in der Aufnahme ist das ein bisschen langweilig, wenn du das gerade machst, aber ich werde jetzt auch gleich mal... Ja, ich werde dir folgen sowieso, ähm, wenn es, wenn es machbar ist, werde ich dir folgen, äh, so in 15 Minuten Parts, werde ich dir auf YouTube hochladen. Da können dann diejenigen, die den Lifstream halt nicht schauen konnten, können es dann im Nachhinein nochmal anschauen. Gut, die haben es dann halt nicht live, was dann schade ist, aber, oh, das brauche ich. Wurde ich schon in die Ressourcen gekloppt hier. Ja, ja, ja. Da entsteht schon die Aggression, von der Yama gesagt hat, dass sie da nicht existieren dürfte. Hä, wachsinn, ich kippe mich doch nicht, ich baue nur noch ab. So. Nee, das ist derjenige, der gerade hier ausrasselt. So, warte mal, ich muss mal was essen. So, weiter geht's. Oh, ich, nein, ich streame, ich streame noch nicht, weil mein Kanal ist noch gar nicht so groß, ich hab nicht genug Abonnenten, finde ich. Und wenn ich dann irgendwie bei mir im Kanal einen Stream anmelden würde, glaube ich nicht, dass da überhaupt irgendwer kommt. Ich sammle schon nicht einen, Metos, sammel ruhig einen. Also, ich glaube nicht, dass dann überhaupt irgendwer kommen würde zum Streamen, deswegen, ich bin auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Oh, ja, 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 die brauche ich. Ich würde an deiner Stelle einfach anfangen. Dass ich oben mal fertig werde. Ja, aber es bringt mir das, wenn ich streame, das ist eh kein Arsch da. Ach, das kommt von ganz alleine. Jetzt überleg dir mal, Metos ist größer als ich, hat weniger Follower auf Twitch als ich und hat aber dafür mehr Zuschauer. Ja. Ich würde das nicht nach Größen machen. Ich, ähm, ja. Ich hab 1004 oder noch was und er hat nur 9 oder noch was. Ja, ich streame ja auch nicht als auch. Ja, wir spielen hier Minecraft. Ja, Minecraft wird in der Medien gehen. Au. Das hat mir getan, Kalle. Ich hoffe, du stirbst da. Mir geht's gut und ich hoffe, den anderen auch. Metos kann man auf Twitch die Wiederholungen anschauen und tu doch nur die... Ja, kann man. Darf ich mal auslesen, bitte? Danke. Und tu doch nur die Stream-Highlights in einem Video hochladen. Ähm, die Stream-Highlights. Ne, das, ähm, das würde heißen, ich muss das erst runterladen, bearbeiten, rendern, wieder hochladen. Ähm, Leute, so ein bisschen Freizeit brauche ich auch normal. Du müsstest das, du müsstest das auf nicht gelistet hochladen und dann müsstest du das downloaden und dann schneiden die Highlights und dann wieder hochladen. Das wäre wirklich blödsinn. Ja, ne, das, das ist unsinnig. Das machen wir nicht. Ah, Redstone, sammeln ein. Ich bin vorhinvehend. Ja, das geht. Ja, das geht. Vielen Dank.